Moin und Willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Wir sind hier im zufälligen Trio unterwegs und suchen das Scrappy. Und selbstverständlich auch nach Rottmaul. Rottmaul dürfte ziemlich mittig in der Map sein. Hat einer von den Jungs ins Wasser geschossen oder warum drehen die da gerade durch? Scheint so. Also weitere, oh Gott. Beiden verteilen sich schon, oder? Ah ja, doch nicht. Irgendwo im Nordwesten wird schon geschossen. Scharf geschossen. Das ist laut. Das ist ebenfalls laut. Oh Gott. Jetzt führe ich schon an unbeweglichen Zielen vorbei. Wie war all diese Viecher im Wasser? Hier will doch keiner. Ja. Bei dem, wenn die das schon geholt haben. Ne, doch nicht. Ah ja, ok. Also Rottmaul ist auf jeden Fall hier. Wie erwartet. Also Rottmaul ist auf jeden Fall. Das ist das. Jetzt ist es wieder weiß, gerade eben waren hier noch Gegner in der Nähe Ach, ich hätte Fächern gehabt Ach, ich hätte Fächern gehabt Dann hast du auf jeden Fall wieder Gegner im Gebiet Die Frage ist wo Ach, ich hätte Fächern gehabt Wieso haben die mich wahrgenommen? Ach, ich hätte Fächern gehabt Okay, irgendwo da drüben Okay, jetzt will er weiß Okay, jetzt ist es Okay, jetzt ist es Ich kann mich jetzt ja nicht mehr sehen Ich habe natürlich mit dem Bannen gewartet, bis mein Kollege wieder aufgerichtet wurde Damit er dann von der Regeneration profitiert Okay, jetzt ist es 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 Oh, das ist etwa ein Solo ohne Necromancer Okay, jetzt ist es 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 Natürlich eigentlich unclever Dass wir jetzt alle so einen blöden Blitz über dem Kopf haben, ne? Aber eigentlich war da noch ein Vierter da hinten. Aber eigentlich war da hinten. Nicht schon wieder Hunde, ne? Ja. Aber das ist auch okay. Solange sie uns jetzt in Ruhe lassen. Können sie wenigstens ihre Hand da behalten. Tschüss. Ja. 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 das ist ja tatsächlich nicht gerade meine Erlebnis-Map aber keine von den beiden auch die andere überleben nicht also auch 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 Eigentlich sind wir ja der 1 auf der Spur, das heißt, wir müssten eigentlich Richtung Norden. Hier geht es eher Richtung Spinne und ja, zum einen bringt die etwas weniger, obwohl sie in einem größeren Gebiet, obwohl, oh ist ja eher so Hälfte, Hälfte, aber vor allem habe ich auch wieder keine Waffen gegen die dabei. Aber leider sind unsere eigentlichen Hinweise auch alle sehr, sehr weit weg. Man kann es hinten noch nicht mal ausmachen. Okay, da hast du den nächsten Versorgungswagen. Okay. Okay. Das ist oben. Ach, der anderen Seite, das ist doch scheiße. Das habe ich eigentlich nicht hin. Okay. 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 Okay, das ist der Teil der Gefangenen, oder? Oh, gut. Oh, gut. Nehmen wir mal an, dass wir uns da gleich anschließen werden. Ja. Da war schon jemand auf dem Geldsäckchen. Ich kann mir auch mal über den Wagen darüber. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Hier war zuvor noch keiner. Jetzt, dass ich halt auch schon mal mitnehme. Oh, gut. Das Zuschlagen ist halt deutlich lauter. Wenn man nicht irgendwie... Wie heißt er? Ein leisen Killer? Stillen Killer? Wenn man den Trade nicht hat. Sehr, sehr gefährlich hier. Ja, solange er oder sie da drüben mehr Krach macht als wir, ist alles gut. Die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung gelenkt. Die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. 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 Oh Gott, er hätte ich auch mal wieder besser schießen können, ne? Was war fieser da so unbedacht drin rum? Na ja, gut. Mach mal. Leider nur eine Hit. Die Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Diese scheiß Hunde da unten Okay ok, nice und jetzt wissen wir natürlich auch dass ich hier auf der Seite bin gut das war auf jeden Fall ein ganzes Team ja ja nice da sind die Hinweise, ach die sind oben, egal oh ja, beide nebeneinander ist natürlich nett ja ja das war eine Chaosbomb so, da drinnen ist unser Ziel das andere Team rennt raus, na gut ja ja schade, keine Ausdauerspritze dabei oh bleib hier oh ein Brod is missed here oh 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 jetzt erstmal warten auf nix Was ist das? Anke Zäckchen Irgendwo da unten Anke Zäckchen 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 Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich wollte sie einfach nur mal erschrecken. Ich wollte sie einfach nur mal erschrecken. Ich wollte sie einfach nur mal erschrecken. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe viel zu viel Munition in Anspruch. Oh, bleib der Kollege, wo ist er? Was haben wir hier? Ich wollte sie einfach nur mal erschrecken. Kurz mal die Verbindung verloren. Ich wollte sie einfach nur mal erschrecken. Ich habe übrigens etwas fallen gelassen, nö Da scheint mein Schar ja noch deutlich weiter gelaufen zu sein, trotz Abbruch. Aber so nah war ich noch nicht dran. Na ja gut. GG ARD Text im Auftrag von Funk